Und fahren wieder nach Hause. Und alles im gemütlichen Rahmen. Und alles im gemütlichen Tempo. Im gemütlichen Rahmen. Wäre auch gerne mit. Aber ich lass mir den Pelzer fahren. Weil das nicht... Auf 200 kommt man schon, oder? Ich kann irgendwas zwischen 180 und 200. Aber wie gesagt, im vernünftigen...